Herzlich Willkommen bei Let's Cook Left 4 Dead und guck mal was hier übrig ist, ich hab euch ein bisschen was, einen leckeren Schmaus kredenzt. Alter, das sieht voll widerlich aus, das sieht doch aus wie, äh, three men in one cup oder sowas. Ja, wir werden. Was? Mir wird gefressen, was auch im Tisch kommt. Genau, ich glaub, du hast auch noch nie gegessen, was der Gronke kocht hat, also deswegen sieht das so neu für dich aus, für mich ja nicht. Achso, das ist eine leckere, schmausige Graupelsuppe mit Erbsen. Du hast schon mal, äh, aufgewärmtes, erbrochenes gegessen, oder was? Ja, natürlich. In der Not frisst der Teufel der Sarazar fliegen. Der Teufel der Sarazar. In der Not esse ich ein Brot. Gleiche Person. Das wissen leider die wenigsten. Alter, wie, das gleiche Person hat leider niemand gehört, oder? Wie, wie, äh, wie, wie die Zoe schon down ist. Einfach Emo. Nee, Zoe spielt halt einfach voll schlecht. Voll der Noob, die Zoe. Nee, eigentlich, eigentlich ist die Zoe so down, weil ich dir die ganze Zeit die Medi-Kids-Deale. Incoming! Okay, dann geh ich mal nach Hause, das reicht mir jetzt. Tschö, bis dahin. Achtung, Rumpel. Oh, du rennst mir weiter wieder. Der Scheiß-Smoker hat mir die ganze Smoker weggemacht. Ja, der hab ich ja vorher draufgeballert und da hätt ich dir beinahe den Schädel zertrümmert, aus Versehen von hinten. Aus Versehen von hinten. Das, äh, will ich auch nochmal hören, wie das, äh, sehen, wie das geht, aus Versehen von hinten. Ach, du hast, du musst das doch wissen, seitdem du die Seife damals im Gefängnis fallen gelassen hast. Das war nicht aus Versehen. Das war zwar von hinten, aber nicht aus Versehen. Oh Gott, also, also gestehst du. Boomer, 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 Boomer. Oh, ist Boomer. Nee, das ist ein Hunter, glaub ich. Oder noch ein Boomer. Das ist schon sehr Boomer-mäßig an, also. Das stimmt, ja. Hast du ihn? Nee, ja, da ist er. Oh, oh, ich hab angeschossen. Juhu. Kommt mal hier rein wieder. Kommt mal rein. Hier rein wieder. Alter. Oh. Alter, da war so ein Gas-Pedal, die sind schwitzen. Das hat aber gut gewirkt. Naja, ein bisschen Action muss halt sein, ne. Hat ja sonst keinen Spaß. So, ich komm mal da rein, wo der Rumpel gesagt hat, ausnahmsweise heute. Ja, jetzt ist es zu spät. Oh, da sind noch einige Freunde der guten Unterhaltung. Das sind alles Zuschauer, die dein Let's Place gesehen haben. Ja, die wollen mehr. Nein, nein, nein. Nein. Ja, ja, ja. Wie geil, die mal rumfliegen. Hier liegt noch eine M16. Könnt ihr nochmal neue Moni nehmen. Sehr schön, sehr gut. Kommt genau richtig. Ich bin ja echt am überlegen, ob ich mein Verbandszeug der Zoe spende, weil die immer so nett zu mir war. Hier sind auch Pillen. Pillen, 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 Pillen. Ich bin ja ein Teamplayer Zoe hier. Gib doch einfach der Zoe die Pillen, ja. Okay, rechte Maustaste auf Zoe. Dann verschwende ich da nicht mein Verbandszeug für. Richtig. Obwohl ich die Zoe natürlich auch mit Liebe gewettet habe. Hier sind nochmal Pillen, kannst du dir auch aufnehmen. Ja, das sind die Pillen. Die habe ich jetzt, ich habe ihr meine gegeben und die genommen wieder. Achso. Weil ich bin ja dafür verantwortlich, dass Zoe so übelst... Ja. Witch, 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 witch. Oh. Witch, witch. Wo sind die? Ey. Die hören wir nicht. Sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Kommen wir gleich hin. Macht schon mal die Lampe aus. Jo. Ich finde dieses Klavier so fies, was man da so hört. Die hockt hier irgendwo rum. Ich mag den Chor. Gerade mal da hinten. Achtung. Ah, die sitzt da oben links. Da ist die da oben. Nee, das ist sie nicht. Ist sie das? Nee. Das ist sie nicht. Vorsicht. Vorsicht da. Die ist hinter dir. Die ist hinter dir. Die war hinter dem Auto. Aua. Scheiß, Alter. Die habe ich nicht gesehen. Boah, wie krass war das denn jetzt gerade. Boah. Das war so wie bei dem anderen Level bei mir. Die klingt so nah. Wo ist sie denn? Smoker? Ja. Zoe. Zoe schon wieder, ey. Ey, die Zoe ist einfach so imbar. Ich muss mal meinen Hearsback nehmen. Meine Fresse. Heute haben sie es aber auch auf mich abgesehen, ey. Ja, in der ersten Aufnahme auf mich die ganze Zeit. Jetzt bist du der Buhmann. Jetzt bin ich der Buhmann heute. In der ersten Aufnahme lief es deutlich besser. Hier ist Explosion. Ja. Die kann Sarah da mal aufnehmen, ja. Ja, mach ich gerade mal. Kann sie mitnehmen und uns dann, wenn es gefährlich wird, hinlegen. Machen wir es lieber später, ne? Vorsicht. Hunter. Wenn wir es... Oh, danke. Wenn wir es schon längst wieder vergessen haben, dass wir die haben, machen wir das am besten, ne? Das ist eine gute Idee. Hört sich irgendwas größer an. Hier ist noch eine M16, liegt rum. Vorsicht, da kommt irgendwas. Jockey. Und noch ein Charter, boah, sie haben hier vorbeigerauscht, Alter. Junge, Junge. Habt ihr das gehört auch bei euch? Ja, ein Glück. Ein Glück, mir ging echt das Metall aus. Ja, die Zoe ist eine harte Nuss auf jeden Fall. Ja, wo sie recht hat, hat sie recht, ne? Die Zoe. Das Metall. Oh Mann, stirbt. Oh, oh, da ist irgendwo ein... Hab dich gerettet. Danke dir. Mach ich doch zu gerne. Keine Art Pause. Ich glaube, wir haben hier incoming gerade. Ach so. Hast du wieder die Seifen fallen gelassen? Ne. Ich brenne das einfach mal an, das zählt, so just for fun. Und das for fun. Auch wenn dann wieder Leute rumholen, rumheulen. Sag jetzt, warum machst du das? Ey, Alter. Hilfe. 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 Ey, was tun wir denn gerade? Ey, heute werde ich aber wirklich gepackt hier. Lade nach. Lade nach. Ach ja, ich hab nur viele Leute gefragt. Die wollten unser Lade nach im Klingelton. Ähm. Echt? Klingelton? Was? Ja genau, wir sollen das nur mal zu dritt nacheinander, also gleichzeitig sagen. Gleichzeitig oder nacheinander? Alle gleichzeitig. Gleichzeitig nacheinander. Also dann... Ich weiß nicht, ob wir das getimed hinkriegen gut, ne? Ja doch, muss er runterzählen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Lade nach. Achso, super, ne? Jetzt war ich viel zu früh. Das kommt bei euch nämlich später an. Ne Sekunde wahrscheinlich, so ne Millisekunde. Das glaub ich gar nicht. Okay, dann noch mal. Eins. Zwei. Drei. Lade nach. Der Gronkh. War ich schon wieder zu früh. Gronkh muss sich wieder hier. Ach, der Smoker lebt noch. Oh, oh, tank 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 tank. Alter, der hat das Auto einfach auf dem ich... Ge weg, ge weg da, ge weg da. Oh, fliege ich schon wieder. Mann ist das... Alter, du hast nicht gerade einen Molotow geworfen, oder? Doch, natürlich habe ich einen Molotow geworfen. Ja, wo ich fliege. Ja, gut, dann bin ich jetzt tot. Nein. Ich wurde euch dann hier. Klar, du verbrennst mich. Nein. Ich bin am Boden und brenne. Ja, ist doch schon wieder alles gut. Alter, ich habe dir... Der schreit aber auch. Spitter. Danke dir. Okay, ich bin tot. Ich bin tot. Der Spitter. Ah, jetzt... Alter. Heul nicht. Nein, nur noch 37 Lesen stimmt. Heul nicht. Hier, Gronkh, 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 Gronkh. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, oh, 19, 18, 16. 13, 10, 7, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10. Boah. Darf ich mal sagen, Sargent Ruppel hat dich gerettet. Ja, kannst du... Aber der... Nee, das Klatsch ist nicht nötig. Das Klatsch ist nicht nötig, denn der hat mich auch zu feil... Also... Nicht zu feil gebracht, das stimmt nicht. Du lagst da... Nee, der Tank hat mich zu feil gebracht und du hast mich dann angebrannt. Ja, Entschuldigung, ich hatte den Tank angebracht und habe den dadurch weggemacht. Sonst wären wir alle tot gewesen. Die Aktion war insgesamt ja sehr gut sogar. Ja, nur sag besser Bescheid, bevor du Molli einfach... Ja, du wärst trotzdem nicht mehr weggegangen. Du lagst ja schon, als ich das Molli geworfen habe. Genau, und dann wirfst du ja keinen Molli. Wenn ich da liege, dann muss man ja am besten warten. Nein, dann wirf man auf jeden Fall trotzdem Molli. Ach so, klar. Ach, Mann, nö. Vorsicht! Charger! Alter, was ist denn heute los? Boah, ich lag jetzt auch gerade. Alter, was ist denn los? Ich hab keine Molli mehr, ich hab keine Molli mehr! Was ist denn los? Noch ein Treffer und ich bin weg. Bist du grau? Ja. Bist du grau? Ja! Dann komm her, komm her, komm her zu mir. Kriegst du schon mein zweites Medipack jetzt, dieses... Alter! Ja, ich weiß aber nicht, was los ist. Alle hauen sie auf mich heute drauf. Ich könnte heulen. Die Witch! Die Witch! Vorsicht! Die Witch! Ich verabrede mich in eine Hexe! Taschenlampe aus! Drauf auf den Saratsaar! Achtung, ich halte viel aus jetzt mittlerweile. Ah ja. Oh, die Zoe ist auch gleich tot. Ich hab ja alle eure Hairspacks abgestaubt. Du musst mich ja immer rappen. Wir kriegen jetzt gleich neue. Wir kriegen jetzt gleich neue. Wir rennen einfach hier durch wie so ein Halodri, weißt du? Und sahen die Hairspacks der anderen ab. Oh, Hairspacks! Hier liegen Hairspacks. Und Muni! Direkt aus der Hölle. Hairspacks! Boah. Das wird jetzt richtig unangenehm. Ihr könnt euch noch erinnern, ne? Das haben wir ja schon mal gespielt. Ja, genau. Ja, genau. Haben wir alles schon gemacht. Damals also noch cool gespiegelt haben. Aber echt? Die Aussage ist sogar nicht mal ganz falsch. Das glaubt euch eh keiner. Was ist das denn hier? Achso. So, dann gehen wir wieder nach oben, ne? Wenn wir ausgelöst haben. Okay, wer löst aus? Darf ich an diese tolle MG gehen? Darf ich an diese tolle MG gehen? Machst du doch sowieso wieder. Leute, warte mal ganz kurz. Ich bin an eine tolle MG. Ich habe noch ein Medipack gefunden. Ich heile mich mal ganz kurz. Ich gehe durch gerade einen Grauen. Ist aber cool. Was meinst du, Manuel? Ich habe gerade noch ein Medipack gefunden. Ich heile mich kurz und benutze das noch. Hier liegt noch ein Molli rum. Habt ihr da alle was? Ich habe eine Pipe. Ich habe Boomer. Okay, dann löse ich das jetzt aus, ja? Hier liegt auch noch ein Medipack. Also nur zur Info. Nimm das mal mit. Warte mal dann. Zarazzo hat kein Medipack. Ja, eben. Du hast aber dafür die Explosionsmuni. Die solltest du dann aber erst auspacken. Ah, die sollten wir vielleicht auspacken, genau das. Pack die oben auf dem Container aus. Lass sie da stehen und keiner nimmt sie. Erst wenn der Tank kommt, dann nehmen wir sie alle. Wird gemacht, Zarazzo. Wird gemacht. Ja, das ist gut. Oh, Explosionsmuni. Die cool, die nehme ich. Die ist gut. Nee. Wir passen immer so gut auf, ne? So, die hat sie genommen. So, einmal kurz. Wir müssen jetzt erstmal diesen Generator. Lass mich mal bitte erklären kurz, was wir jetzt machen müssen. Nee, was sagt der? Generator anstarten und dann die Zombiehorde bekämpfen. Genau, und der Generator geht nochmal wieder aus. Der geht nochmal wieder aus und wir müssen den nochmal wieder starten. Jetzt starte schon an. Komm. Iss. Darf ich an das MG? Ja, das ist hier an das MG. Danke. Los geht's. Let's get ready to rumble. Ich baue es fertig. Wo bleiben die? Oh. Fängt ja gut an. Das sah gut aus. Da kommt ein Charger rein. Charger, Charger. Wo bleiben die? Wie geil, ey. Wie geil. Jetzt kommen sie rein. Oh nein, Arschtrombeten-Zombies. Oh, da unten. Da ist ein Spitter. Ich muss nachladen. Hab ihn noch gekriegt. So, das geht doch ganz gut bisher. Ach der. Ja, das ist ja noch einfach, glaube ich. Oh, da kommt einer hoch. Da kommt mir einer hoch. Vorsicht. Was? Hey. Dankeschön. Ich konnte ihn leider noch nicht ganz töten. Der ist da noch. Da oben. Also, Obacht. Boah, da kommen jetzt richtig viele raus. Sehr schön. Die liefen ja gerade schön alle in die Flinte. Hier war der als Mikro, Manuel. Man hört dich kaum. Wieso hört man mich immer kaum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Du hast voll die Tonschwankungen manchmal drin. Aber echt. Vorsicht, Smoker. Oh, oh, die sind oben. Die sind oben. Jetzt nicht mehr. Bam. Boomer. Wo? Na, weg. Und Jockey ist da. Jockey ist da. Jockey ist draußen. Ihr müsst aber auf eurer Seite. So weit kann ich das Ding... Der hat mich, der hat mich, der hat mich, der hat mich, der hat mich. Scheiße. Scheiße. Tank, Tank. Rauf, rauf, rauf. Und die Explosionsmonie. Ich gebe alles, was ich habe. Explosionsmonie nehmen. Mist, der lädt immer nur nach. Alter. Weg. Tank ist down. So, Tank ist weg. Irgendjemand hat noch seine Explosionsmonie noch nicht. Ich hab sie. Smoker ist draußen. Okay. Neues incoming. Müssen wir nicht zu dem Gerät nochmal? Nee, noch nicht. Erst wenn der Strom ausgeht. Erst wenn der Strom ausgeht, ja. Warte mal, ich werfe mal gerade hier. Soll ich die Boomer-Krexel mal werfen? Ah, hier, hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Leute, aah. Oh, Alter, rumpel, rumpel. Vorsicht, hinter dir. Oh, ich bleibe, komm wieder hoch. Alter, ich bin der Smoker, man. Wo, wo, wo? Oh, da. So. Erledigt. Oh, fuck. Viel Spaß mit der Pipe. Dankeschön. Die war notwendig. Schön. Hätte ich auch mal selbst werfen können, aber egal. Ich hab auch noch einen Boomer-Kotz im Angriff. Ich hab auch keine Muni mehr. Ach, ich hab doch hier. Oh, Mist. Vorsicht, Smoker. Weg. Hey, guter Schuss. Gut Schott. Dann werde ich wegsägen. Ach, Mann, Alter. Hi, die Zoe, die bringt hier alle zur Strecke, ne. Ich werfe auch noch mal eine Pipe, Gronkh. Vorsicht. Moment, ich hab gerade Probleme. Ja, jetzt nicht mehr. Oh, ah. Alter. Ein Charger prügelt auf Gronkh ein, hab ich gehört. Alter, ich hab keine Muni mehr. Wir müssen jetzt ein wenig mal runter. Wir müssen doch jetzt auch jeden Moment der Stromausfall kommen, oder? Eigentlich, jetzt. Ach. Ja, genau. Komisch. Hättest du mal nix gesagt. Okay, wir reden darüber. Okay, Rumpetti ist schon draußen. Mit der Motorsäge geht's weiter. Heute durch die Menge. Oh, ich muss Zoe retten. Zoe. Gronkh, du machst das, ne? Ja, ich hab gerade einen Muni. Warte, warte, warte. So, jetzt hab ich's. Also, ich werf den Generator wieder an und dann zum, zum Laster. Genau. Ich warte vor dem Laster mit der Motorsäge. Dann rennt ihr rein und ich kann sägen fleißig. Geht runter, kommt runter. Okay, ich stehe bei... Boah, Tank, Tank, Tank. Oh nein, er liegt, er liegt. Ey, wo, was? Zur Hölle? Der Tank hat, äh, hat einen Stein geworfen. Ich weiß nicht, wo er ist. Alter, heute, heute. Da, 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 da. Da ist er am Eingang, am Eingang. Warte, ich werf mal kurz auf den. Ja, mach doch. Und drauf, alle, weg, 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 weglaufen. Ich hab's auch nicht abgesehen, Hilfe. Hier leben nur noch. Nein, ich bin down. Tank is down. So, Tank is down. Ach, du Scheiße. Hat einer von euch noch eine Pipe? Leider nicht. Der Wagen kommt runter, der Wagen kommt runter. Okay, ich darf nicht mehr bestellen. Ach, Scheiße, Smoker. Scheiße. Alter, Alter. Komm jetzt zum Wagen, komm. In den Wagen, rein den Wagen. Rein den Wagen. Rein den Wagen, ab den Wagen. In den Wagen, in den Wagen, 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 schnell zu schnell. In den Wagen. Ja, 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 ja. Los, ford, los, ford. Ach, dint, 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 dint. Yeah. Alter, war das knapp gerade bei mir. Ich war wieder grau, ey. Ich war schwede, ey. Der Schwierigkeitsgrad war echt, der schwankte irgendwie hin und her. Aber extrem. Beim letzten Mal haben wir das voll locker durch die Hose geatmet. Also zum Schluss kam alles nochmal gerade. Boah. Aber echt, ey. Das war ja was. Junge, 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 Alter. Ja, das war auf jeden Fall die kürzeste Kampagne. Ich glaube, die ist auch etwas später rausgekommen als die anderen übrigens. Meine Fresse, ey. Was für eine Aktion heute. Boah, Zoe ist auf jeden Fall mal mit den... Die cheatet voll. Ja, die ist echt voll die cheatet. Ich habe keinen einzigen Jockey umgebracht. Unfassbar. Unglaublich. Ach, der Rumpel. Guck mal mit seinem Friendly Fire König hier. Aber auf dem Manuel will ja auch keiner reiten, ne? Friendly Fire König. Boah, hatte ich eine super Genauigkeit. Aber ich glaube, das lag auch an meiner MG Aktion am Ende, ne? Wo ich einfach nur reingeballert habe. Ja, man kann immer wieder irgendwelche Rechtfertigungen finden. Ach klar, ach klar, ach klar. 1.000 Rechte zu erledigen. Also im ersten Anlauf war es wesentlich einfacher. Ja, das stimmt. Also diesmal war ja weniger. Und da sind sie halt alle auf den Grund gegangen. Das war jetzt nett. Wahrscheinlich war es deshalb. Ich habe jetzt noch nicht nachgeguckt, wie viele Medi-Packs du verbraten hast. Boah, viele, viele. Diesmal haben wir viele verbraten. Fünf Stück oder so. Die ja vor allen Dingen. Ja, ja. Die waren ja auch eure, ne? Waren ja auch eure. Ach, schön. Ja, das war super. Ja, war auf jeden Fall spaßig wieder mit euch Spacken. Ja, und wir haben überlebt. Wir haben alle überlebt. Aber das wird sich vielleicht bei der nächsten Kampagne ja ändern. Dann, wenn es wieder heißt, let's play for the... Achso, nee. Ich habe was im Hals gerade. Bis dahin, Freunde. Und danke, dass ihr immer mitschaut. Finden wir super. Und wir lieben uns hier alle, auch wenn wir uns immer hänseln. Sollte nochmal gesagt werden, falls... Ach, halt zum Maul, du ekelhafter Schleimer. Halt deine Fresse, du kleiner Wichsfeder. Ich hatte dich. Alle verfault. Hört sich echt an wie der Manuel, ne? Ja. Das war Manuel's Oma. Da hat er extra das Take gemacht. Und nee, lassen wir das sein. Tschüss, Freunde. Bis dahin. Tschüss.